Oh mein Gott, drei von denen. Ich habe keine Taste gedrückt, ich krieg es nicht gebacken, was für ein Riesenkack das ist. Ja, und Gnade 1, krank geile Übersetzung, wahnsinnig geil. Ich bin am ausrasten, wie gut es übersetzt ist. Indignation, Ungnade, ganz klar, logisch. Ey, ihr habt 8 Milliarden Leben? Booms, Oh, Indignation sieht so schön aus, ich bin so froh, dass ich diesen Zauber habe. Dieses Spiel ist der Wahnsinn, Leute, kauft es euch. Leute, kauft es euch wirklich, aber benutzt irgendeinen Rom-Hack oder irgendeinen Hack generell hier bei der Stelle im Spiel. Äh, es ist... Ich glaube, vielleicht es kann sein, dass ich damals, als ich das gespielt habe, bis hierher gekommen bin und dann genau deswegen hier aufgehört habe. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, wirklich. Aber ziemlich sicher. Weil, oh mein Gott, ist das bescheuert. Warum sollte ich sonst aufgehört haben? Das Spiel an sich ist so klasse, es ist nahezu perfekt, aber solche Sachen machen es unperfekt. Solche zu großen Verliese mit zu vielen Gegnern, mit allen zu viel. Und der Erste, der schreibt, benutzt doch eine heilige Flasche. Den sperre ich von meinem Account. Echt, das ist, glaube ich, kein Scherz gerade. Weil, äh... Ne. Allern... In die Knöchen im Arsch! Kaboom-Chak-Chak, nach unten, Chak-Chak. Und eine Eiswand. Oh, die trifft eigentlich gar nichts. Komisch, ne? Pummel? Die Attacke Pummel kenne ich doch von, ähm, äh, Final Fantasy Lass mich lügen 3, 4. Da benutzt die, wie heißt er, Lass mich lügen, Sabre? Oder so. Der eine, der, äh, wo man die Tastenkombinationen eingeben muss, damit er was macht. Der auf jeden Fall benutzt so was. Schön. Schön. Es wird arschlangweilig. Fangt noch ein Level ab. Ich krieg hier... Bis Level Hund. Oh, 42. Mit was für einem Level bin ich bitte hier reingegangen? Ey. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Wo ist mein Orangen? Da sind meine Orangen. Wo sind meine Orangen? Auch schön. Ey. Ich kann nicht mal die Musik des Spieles... Ah, wieder der schlimmste Kampf der Welt. Das ist grad echt der schlimmste überhaupt. Äh, ich kann nicht mal die Musik des Spieles genießen. Also ich... Das Einzige, was ich wirklich grad kenne, ist die Kampfmusik. Über andere Musik. Ich hab keine Ahnung. Gibt es andere Musik im Spiel? Ja, fällt mir nicht auf. Weil sobald die Kampfmusik vorbei ist, hab ich so ungefähr eine Sekunde zum Spielen. Und meistens kommt danach dann sofort wieder ein Kampf. Nein, ihr heilt ihn nicht sofort, oder? Leckt mich so dick in euren verfickten Arsch. Oh mein Gott. Es ist so bescheuert. Ich bin hier nur noch zurückgelehnt. Ich lehne jetzt nur noch an meinem Schrank, der hinter mir ist. Und guck zu, ob dieses Spiel überhaupt Sinn ergibt. Ja, Barriere. Hey, cool. Ist das das langweiligste LP, was ich je gemacht habe. Und vor allem das Schlimme ist, ich hab selber keinen Bock gerade drauf. Und das merkt man leider. Das ist das Bescheuerte. Und ich weiß es ja. Ja, oh, Barriere. Ah, was macht sie bloß? Es ist mir kack egal, was die Barriere macht. Selbst wenn dir das Spiel verändern würde mit Glitches. Es ist mir so... Oh. Ey. Ja, heilt ihn doch, weil er hat ja nicht überhaupt... Boah. Verschwendet doch meine wertvolle Zeit. Was haben sich solche Leute dabei gedacht, ey? Ja. Ey. Eure... Ey. Ey, meine Fresse. Halt. Mein Gott. Nein, die Zauber bringen ja nichts. Ey. Du. Ich muss wieder meinen Tigerbiss nehmen. Ja, weil der Magma... Ja, la, 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 la. Hörst du mal auf? Ey. Was? Habt ihr das gerade gesehen? Was soll das? Hintereinander weg kann der einfach, so wie er lustig ist, das den Kack hier machen und ich nicht, oder was? Mein Gott, ich bin der Held des Spieles. Ich durfte alles machen. Ich durfte das ganze Schloss mit einem Blick kaputt machen. Ich durfte sagen, Spiel gewonnen und was passiert? Das Spiel ist gewonnen. Aber nein. Kleine Druiden besiegen mich mit grünen Haaren, die sie irgendwann bei einem scheiß Friseur in einer, was weiß ich, für einer billigen Straße in Berlin-Kreuzberg gefärbt haben. Ihr... Ja, und ich treffe auch nicht, weil ich ja nur eine Lanze in der Hand habe, die über das ganze Spielfeld reicht. Mein Gott. Ey, das war jetzt Einkampf. Wie lange hat Einkampf gedauert? Tage, Wochen, Monate. Ey. Boah. Nach rechts. Äh. Oh. Ey. Nein, nicht nochmal. Ich kann nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Es ist... Ey, ich hab doch keine Taste gedrückt. Warum machst du... Warum machst du Fokus? Es gibt keinen beschissenen Grund, Fokus zu machen. Und ich hab nicht auf Tigerblitz umge... Oder Tiger... Tiger... Leck mich. Ihr wisst, was ich meine. Ihr habt keine Ahnung vom Spiel, aber ihr wisst trotzdem, was ich meine. Hintereinander weg. Wehe. Ich hasse euch. Wie... Die Hölle. Warum? Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Es ist... Was soll das? Hier vergeben... Hier vergeben... Wochen in diesem einen... Kack-Level. In dieser einen Ebene mit Kämpfen. Mit 100 Kämpfen nacheinander. Im Sekundentakt. Ein Kampf ist vorbei. Es macht... Bumm. Nächster Kampf. Wieder ist ein Kampf vorbei. Bumm. Nächster Kampf. Was ist das denn? Und ich reg mich nur noch auf, ey. Mein Herz... Ja. Oh, er ist tot. So. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt hier. Hier Löwenherz auf. Ich boxe dich in die rechte Ecke. So. Und nochmal. Ja. Sieh. Senko. Jetzt nix geschenkt, du. Bumm. Ist mir egal. Und jetzt flüchte doch nicht, du. Noch eins und denk von dir und ich... Schlag auf den Bildschirm. Ja. Weg. Gut. Wenn ich sie hier time, dann können die mich nicht angreifen. Gut. Merke ich mir. Danke. Alter. Da bin ich... Ich bin voll mit... Boah. Aber ich brauche meinen Tiger-Schlag. Oh. Tiger-Bus-Star. Den meine ich. Oh. Noch fünf Orangenbonbons. Das ist ja super. Aber Mixbonbons dürfen wir auch noch ein paar... Ey. Renn da an den Tisch rein. Fang echt. Oh. Leck mich. Leck mich fett. Leck mich. Ey. Hallo. Hallo. Es gibt zig Milliarden Kombinationen, wie ihr die Gegner positionieren könnt. Warum dreimal hinterlandet? Das ist ja eine Kacke. Mein Gott. Es ist zum Mäusemelken. Es ist zum Leute umbringen. Ich möchte jetzt am liebsten auf die Straße gehen, einer unschuldigen armen alten Frauens Gesicht schreien. Was für ein Kack sie sich dabei gedacht hat, dass sie überhaupt hier lang läuft. Diese alte, runzlige Vettel. Und danach möchte ich Kinder anbrüllen und ins Gesicht spucken und auf die Straße schubsen, wenn ein LKW vorbeifährt. Oh Gott. Archie, Zauber. Danke, Archie. Boah, was möchte ich danach machen? Danach möchte ich Häuser einreißen wie Mario. Ich möchte erst ins Haus reingehen, ein bisschen rumhüpfen, alles kaputt machen auf dem Weg dahin. Und danach möchte ich mit irgendeinem Ei rausrennen, wo ein Yoshi rausschlüpft. Total logisch. Und dann drücke ich auf den Schalter und explodiert das Haus. Ich weiß nicht, was ich sonst machen kann. Loll. Mein Muzzles. Loll. Oh. Ey, ich hasse deine Attacke. Hier. Ohne Anhang. Es ist mir egal. Ich sehe keinen Sinn mehr in irgendwas hier. Wenn dieser Kack vorbei ist, ich atme so auf. Echt. Mein Gott, es ist gerade ganz anders. Metroid Fusion hat sich in den letzten Sekunden des Spieles in mein Herz gefräst und für immer drin tätowiert. Und dieses Spiel hier schafft es gerade, alle Balken, die es aufgebaut hat, mit Karacho und Kazem wieder einzureißen. Ey, aber volle Kanne. Volle Kanne, liebe Spiel. Oh. Äh. Andere Gegner. Ich habe echt überhaupt nie wieder damit gerechnet, dass dieses Spiel nochmal andere... Ich hasse euch. Ich hasse euch. Oh mein Gott. Ich hasse euch. Gut. Wir haben danach noch eine. In Worten eine. Als Zahl eine. Römisch eins. Arabisch eins. Heilflasche. Na, dat wird lustig. Na, dat wird der größte Spaß meines ganzen Lebens. Orangen, 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 Orangen. Oh, von allen vielen Orangen ist das schön. Aber trotzdem. Spiel. Ja, du hast trotzdem verkackt. Auch wenn... Anscheinend hat das Spiel das gerade gehört. Keine Ahnung. Ich glaube an so einen Kack nicht mal. Aber. Ey. 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 Nein. Ihr wollt mich richtig verarschen, oder? Was? Ich... Zum... Geier habe ich nicht gedrückt. Das gibt es nicht. Echt? Ich drücke nur, dass sie ihre Attacke machen sollen. Mehr drücke ich nicht. Ey. Ja. Hier auf ihn. Gut. Oh. Und ich bin nicht paralysiert. Danke. Ja, Firestorm. Meinetwegen. Du kannst auch ein Fire Volcano machen. Ach, es ist mir ja alles egal, was du machst. Warum kriege ich jetzt wieder alle Orangenbonbons? Oh, ich bin zu down. Echt. Es ist so schade. Dieses schöne Spiel, was ich die ersten Minuten in den Himmel gelobt habe, wie nichts Gutes, versagt gerade. Volle Kanne. Es ist schlimmer als Mega Man. Oh, hallo, Kla... Ey. Ja, klar. Und Klaas kann da einfach stehen bleiben und ihm passiert nichts, wollt ihr mir sagen. Ja? Alleine. Das... Ähm... Könnt ihr den verfickten Kack mal bitte lassen? Ich drücke wirklich nichts anderes. Ich drücke bestätigen, dass Archie ihren Zauber machen soll. Sonst... Das war falsch, Funk. Das war so falsch, du blöder Funk. Klappt das bitte trotzdem? Nein, natürlich nicht. Und so...